Ok weiter geht's um welchen Punkt man jetzt ich würde sagen zwei Vorko und ein Kaname ja okay als erstes oder Kaname naja ich will es in Deutschland wir sind sicherer Tonopto Magma oder Blu-Wagen ich würde sagen nur noch die Werte an die Werte an immer drück mal rechts und auf die Puppe und links Magma ja hat man die Verteilungswerte anliegen hier nach sich und 10 komm doch nun Ok und weiter geht's wir treten den Typen in den Arsch jetzt ist kein der Arten-Enerator von Azalea City an der Reihe was wird der Herausforderer den Käfer-Pokémon entgegensetzen also wenn die Wolken ja ok soll er wechseln? jetzt schon? ich weiß er wird wenn er gut wieder wird er egal ist einfach einfach mal einfach mal testen er wechselt ok oh das Zulgemon wird plötzlich ausgewechselt ja plötzlich ganz ehrlich solche Trainer hasse ich ganz ehrlich solche Trainer hasse ich wechseln? man muss wechseln ja aber das ganze zu wechseln das nervs ich würde mal meinen Wi-Fi davon sehen dann weiß ich warum man wechseln das ist schlau aber scheiß auf Computer wir treffen wie soll ich wechseln wie wird es den eingewechselten Pokémon AD dann wechseln sie auch gleich wieder weil wegen Surfer dann wechseln sie auch gleich wieder oder nicht ne ich glaube nur wenn es durch die Bedrohung ist ja ich kann gar nicht mehr Bedrohung ohne Ordnung es kann Surfer in frei ja und Kandama mit DB es wechseln es nicht programmiert wird wenn ein ein kleiner ein kleiner kurzer ja ein ganz großer Wichser und schon gehts los da kommt kein Bug aber bei Gesteinsattacken irgendwie schon das kann aber normal ne ja und ist kein Surfer? ja ich kann es verändern das kann einfach Surfer doch niederkriegen ist ein Bosen wie hier ein schwacher Treffer und niederkrieg ist auch das gleiche und kann so benotten ein bitterloses Lack auf dem Schnell ist es gut Er wechselt gleich Ich dachte, er wechselt schon Da kommt irgendwie kein Bug, aber bei Steinhardt schon Nein, was hast du gesehen bei dem Fett? Du verstehst du aus der Schwarz? Ich nicht, dass er gerade richtig ist Was ist das? Nein, nein, nein Vielleicht wechseln, oder? Na, ja, wir finden es jetzt nicht mehr Surfer soll ich bei Gegensicht Nein, freist Herr Kribor Und bist du noch? Was hat das denn heitet? Nein, nein, bis sie weniger Böttchen, 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 Böttchen Das ist von Typ normal ... Dass du das glaub ich... aus die Begründung die Begründung das ist ein bisschen mehr das ist ein bisschen mehr wieder im Jörg auch er hat dann das Schwarz das ist zu groß gestreckt alle erhoben die Stadt der Europäer ist ein Tag zu erinnern aber ich will ich nicht beschädigt oder so die Begründung zu Einfach Mund zu! Ja Mund zu, ist doch klar! Ich werde... Ich halte doch nicht meine Fretten und meinen Mund auf und mach so... Äh... Da war ich auf dem Boden mit einer Zunge auf dem Boden oder? Okay, dann geht's dann wieder und erst mal die Macht zu machen! Der Gegner ist zu wach! Das ist doch ungemahler, also... Die Anzahl der verbleibenden KP umverscheidet sich erheblich! Ach wirklich? Ist das schon mal zu? Genau! Genau! Vibor wurde besiegt! Genau! Warum nur, das soll nicht sein! Du gehst hier bitte so schnell auf dem Boden! Er war drauf losgelegen! Er war drauf losgelegen! Mit der Not-Explosion eingesetzten letzten Art! Das letzte Pokémon rettet die Arena mit einem... Das letzte Pokémon rettet die Arena! Das war ein Schäuer! Glugschlack! Glugschlack! Attacke von sich, Schlauer! Aber zu schlauern, ruhig! Ja, das war das. C.A.B. Damit erklär ich auch so. Jetzt geht's los! Mö, unsers Tagura-Bands. Noch mal. Unser Tag, geheuer! Ein Erwerber-Versaguer! hated! Schande. Mal? Ne, jetzt kannst du das überlegen. Dann sein. Dann. 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 Mhm. Okay. Lura musst du alles kriegen. Für die Apotheke. Aber richtig. Nur noch ein Pokémon! Hä? Ach ja. Glurau! Glurau! Wir sind bereit! Wir sind bereit! Glurau! Es braucht nur noch ein Pokémon! Schau! Meine Kämpfer hat Brüllenfunken! Meine Kämpfer hat Springfunken. Meine Kämpfer hat Springfunken. Was wird das tun? Was wird das tun? Was wird das tun? Das war gut. Das war gut. Und dann. Das ist klar, stimmt. Der Feuerschlag! Alter, weiter, frei! Der hat das Feuerschlag gesagt! Hä? Der hat das Feuerschlag! Sicher? Ja, das Feuerschlag! Nein, das heißt also nur so... Ah, ja, das... So, das Feuerschlag! Ja, ich bin genau hier aber das, das Feuerschlag! Welcher Satz denn schon direkt? das ist das nicht mit 64 Verhältnissen von der Karte da gab es doch nicht da gab es doch nicht Rechtschreibung und der Zeit von 64 ich muss immer rechtlich da war du bist schule gegangen ja in der damals okay ja Problem aber hat sie ja was ist das so nur noch ein bisschen mit der Kuh Gere Schönheit so kann man nur kauft mann und geist bisschen naja geist muss ich kommen aber was ich muss ich jetzt auch gemischt machen aber wir können auch ein kampf das heißt das land ist wie ich bin ein geist haben und pipi wir haben geist haben muss ich unbedingt das ist auch ein blöd war wenn es du das hätten dann hat es keine wirkung auf normal zuerst normal zu tun und bei denen ja meistens geist ist so gut wenn wir immer nur physische attacken haben die aber aber geistert dann können wir mal treffen und normalen attacken können keine geistung haben ist so eine logik ist einfach so muss ich mir schon gesagt jetzt nicht er telefon davor gelegt wenn ich so hatte er nimmt schon dass der wahre legt einfach vor telefon von natürlich ich bin kurschen das geht um hat ich bin ja ich bin schon mal ein bisschen davon ich bin doch ein paar dämpfe ich bin kaputt wo das so herrscher und so weiter ich bin aber nicht einfach was hat er dann kommt bliebenscheiße stecke 37 ich würde lieber noch Schau, ich kiege! Ah, kommt auf ihre Tappen! Ah, meine Beine! Hämorrida? Achso, was? Hämorriden? Ich habe irgendwie Hämorriden gelesen. Ich will Wieser Floor! So sind diese Geist-Pokémon! Sie Unfi, ne? Ja, okay, ganz ruhig! Warum leckt das das gerade so? Ach, ich nehme uns das hier... Das hier, nein! Wenn ich gerade es ist, das zu sehen, nee! Okay, mal rein! Das ist einfach nicht die Beste, aber... Trilaxo! Trilaxo! Was? Verdammt, Entschuldigung! Egal, wie welche Ehe von... Was? Wieso? Was? Wieso? Das ist ein Fenster! Ja, weil ich Spezialverlämts werde! Trocken! Da, Lockshorn Tiki! Was? Ich will Kigli! Okay, ich bin noch schon... Was ist das dir? Ich nehme noch schon Kigli! Kigli ist besser, oder? Ich nehme noch Kigli! 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 Von Angriff, ja! Aber vom Verteidigung war noch schon besser! Warte! Gibt es noch Kigli? Ach ja, was ich nehme! Ich nehme noch Kigli, ich nehme noch Kigli, ich nehme noch Kigli! Ich nehme das hier! Okay, du bist heute nicht? Ihr habt, warte, eure wolltet ihr noch! Äh, waren da unten, ja! Na, Mann! Ich nehme einen Bogen! Da! Oben, oben, oben! Dann, da... Das ist van wallen. Vanity, das ist so nach Hamburg! Das ist der Schwach. Oh, ich will wie so die Website umgehen? Ganz oben! Habi, gell! Was ist das? Schwarzbuch, mal! Kenn ich gar nicht. Doch! Komm, was ist das? Ich möchte nicht mehr mehr nicht mehr. »Hm« »Hm« »Nimma》 »Nimma« »Jimma« »Nimma« »Nimma« wissen nicht so schnell nicht so schnell nicht ganz langsam aber ist unsere zeit ich will leid dass wir zudem nebeneinander die kreinahmen wieso das körper ist wahr das ist das kräftige hatte erst die ein paar drei jungen also kein besiegt ich mag die verbunden überhaupt nicht bringt ja gar nichts dieser Satz in und immer von Kampuk und für einen Kippen Kippli meine Wahl meine Wahl eure und du musst die 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 zum Lp davon nein das Wasser Pokémon Amus 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 gerade gesagt Amus nun geht es gegen die Trainer der Arena von Karcher City die Hände ist höre die Hände ist höre die Hände ist höre die Hände sind dann die Kirche ohne Sitze warum nicht da muss man da müssen alle stehen Warte Rabauce wie war das Rabauce kann sich zu all der Witte oder was kann ja auch zu Capoeira ja Capoeira das liegt das nicht so verteidigt muss alles werden das weiß ich leider gar nicht um der Kirche oder Tom Kek und Diener der mei der war das und er hat aber ein er hat aber nun mal ein Dritt gemacht das ist Tom Kek und er hat aber Tom Kek ich hatte gedacht er spricht ihn hoch und dann auch das ist wow Welt marie marie die das kann ich dir tun geht es die sich nicht nur im Sprichwort er hat gesagt das ist ein aber auch so und das ist ein der der menschlich auch nur einmal in der Zeit die Toilette das nächste Pokémon wird vorbereitet ist ausgeschickt worden das ist ein Ein Ding frei für Fumpy! Fumpy, Fumpy! Fumpy, Fumpy! Fumpy, Fumpy! Wir müssen ausprobieren. Bestimmt auch wieder so ein normaler Kick! Hier! Mit so einem Strahl! Mit so einem Strahl! Er hat einfach gekickt mit Stein dahinter! Zwei... Zwei... Zwei zerlockernden Stein! Ich weiß noch, ob Turm fliegt! Guck hier! Guck diesen Kick an! Guck dir den Mega Kick an! Guck dir den Mega Kick an! Er macht einen Stein! Guck, das war ein Stein! Das war ein Stein! Das war ein Stein! Ganz echt, wenn du sagst, leg! Ich war das ein Kuss! Das ist einfach abgefallen! Kuss abgefallen! Aber noch ist nicht endlich! Das ist sehr gut! Ringfrei für Perdiosa! Die Diäte! Das ist der Pokémon! Das ist der Pokémon! Nein! Das andere hingegen ist ein Müge! Turm Kick! Guck! Turm Kick! Äh! Nein! Da kann man ja reden gehen! Was? Wenn das nicht trifft, will... Das ist so ein Blut zurück! Hatte sie während der dritten Setz gekickt oder was? Ja, er ist nur besprungen und hat dann nicht gemacht! Was? 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 Das ist so blöd, was? Was? Fünftige Stimme der Nebenwirkung was er guckt ihr an der Läden die Ausatmung der Wurzeln Teil der Partei der Probebarkeit 2 1 1 2 mal so äh drüben 1 aber er auch hier aber mann im Internet so aus so richtig die so richtig mal wie aus der dritte Säuse gekippt aus ich bin ja auch jetzt Was nun? Das hat nur wenige Sachen angerichtet! Scheißen Samt! Der Kampf wird immer intensiver! Sie kann ja kein Solarstrahlen! Ja, warum hat die Solarstrahle? Ja, weil es ist schwer, dass man höre, wenn man Solarstrahlen kann. So, Solarstrahlen sind 120 Jahre, aber wir sind 60 Jahre. Und in der Zeit, wo wir Solarstrahlen gewählt werden kann, das ist alles dasselbe, Leute. Ja, aber Giga-Sauger kipps hier im Kampf, eh? Hol-Treffer? Oh, was ist der Tegel? Tegel-Sauger? Na, ich mach lieber Giga-Sauger. Ja, ich glaub, Tegel könnte wirklich nicht treffen. Was? Kann wirklich sein? Wie soll denn dieser Flore-Tegel überhaupt kommen? Ja, Giga-Sauger! Stimmt eigentlich. Mach echt noch ein Schlag, ne? Ja, Mann, ein Giga-Sauger! Also müssten wir mit Strategie dann kämpfen. Deswegen, oder? Ich hab diesen Ruf-Polinat. So endet dieser Kampf! Wah! Unantiliert. Was wird das für kitsch ist. Ich glaub, ich hab nur die zweiten Kampf brauchen. Oh F Blois! Oh Gott! Komm weren't du! Döl-döl-dö-dö-dän-dó-fFre chuckle! Oh die Erinnerung ist wahrscheinlich schon halb aber jetzt kann man auch so wie nach oben an wir nehmen sich weiter sieben das ist ja nicht was wir das ist ja nicht nur noch die Karte die Karte die Kieber die Griffe die gerne ohne Dotsdam von Indien von Indien von Fahnda so die doch 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 muss ich nicht sagen dort vor die Zoll da muss dann übernommen ist das doch schon ist das so eine Verteidigung wenn ihr es an aber jetzt verlieren haben wir was er hätte sie haben in Ordnung der Herausforderer hat nicht von ihrem Ausbilder Lernstädter hatte die Mieter und die Kultusmanager Nürnberg er hat die die Säte Antobotor und mit dem soll es das ist oder die Erwartung des Verhältnisses dieser Boden darunter blutrot Das ist doch schlimm! Das ist seine eigenen Hände! Ne, das sind alle Kuchen, die gestorben sind. Das ging aber schnell! Ach ja Leute, das Rot an seinem Kopf ist nicht seine Nase. Das ist ein Gnadenloser Kampf von Arshandas! Woa? Das musst du gar nicht. Erste Mal! Gut, glaub ich das trotzdem, ey. die alle 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 die 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 auch die 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 Ähm, Lockjaw. Die Gründe wurden erpeilt. Noch kein Blatt. Warte, ich schaffe das eigentlich doch oft. Lop, Lop, Lop. Oh, komm mal, schieß er. Oh, schieß er. Blutstrahl! Was wird es tun? Erst nach oder abgewählt. Blasen, Blasen, blasen. Wie wird es tun? Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Okay, Glück gehabt. Rapper, das hat Charm angerichtet. Wie kann eigentlich ein Fisch in der Luft schweben? Oh, egal. Wie wär's damit? Wir müssen auch mal Kramateln nehmen. Oh, Anzio. Angezogen, ja. Oh, je. Ein 1-Wittertaschen-Latt abhauen. Oh, was war das denn? Icy? Äh, Charm hat, äh, angezogen. Ich bin jetzt, wir sind geiler auf dem Fisch. Oh, so, ja, okay. Was jetzt? Also, ich dachte, das wäre Charm hier. Findet Pokémon... Es ist feind, warum andere Pokémon angezogen zu sein. Wie kann man bei Fisch angezogen sein? Fick dich doch. Was für eine Attacke ist das? Zwischwann? Oh, oh. Vielleicht haben wir weiterhin bleiben, oder? Ein wilder Tanzen-Latt. Du wöhnende Muskel-Gurk. Wie kannst euer Fisch lieben? Wir hatten wieder auf die Augen. Jetzt! Wechseln gleich? Weiß ich nicht. Ich hoffe einfach, dass er jetzt seine Liebe fertig bekommen hat. Nein, 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 nein! Wechsel! Nein, 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 nein! Komm, liebe ihn nicht mehr. Ich hasse dich. Nein, nein, Coach macht's schon. Ja, dann. Nein, du machst es falsch. Das ist dick. Das ist so richtig reingedrückt. Ach so. Warte, trifft es, trifft es? Ja, das ist eine Fisch, Frank. Genau! Nehme schon hart, dass er das Fisch... Und der Fisch, Don von ein... Was kann Don von ein Robo drehen? Hat jemand geklappt? Oh, fuck. Was ist los, Trainer? Äh, weiter geht's. Das ist... Don von? Ach so, ja. Wenn kein Kunkon ist alles in Ordnung. Kann sein, ne? Das Pokémon betritt die Arena... Juhu! Denn Kunkon ist alles vorbei, ne? Es revendet eine Beere, um seine Kampelung zu gründen. Beide Kampelung, oder? Ich hatte eine Beere. Können wir auch machen. Beere irgendwelche sechs Beeren, also eine Beere und eine Beere. Wir haben das aber nie gemacht. Worte schnell, was stimmt. Worte schnell, du so was! Na trotzdem hat mir gewonnen, wenn dieser Wichser weg ist. Ja... Ja... Jawohl! Ein Treffer! Oh, es ist völlig erschöpft! Wuhu-uh-uh-uh-huh! Nur noch ein Pokémon! Ich bin frei für die Griffel! Es verbleibt nur noch ein Pokémon! Die Anzahl der verbleibenden Pokémon ist 2-8! Hier kommt der Anstieg! Der Schlager hat nur sich greift! Und was hat das dann? Hat das jetzt den Weichen? Und dann dritt also! Und der Schwanz hat wohl nicht mehr! Ja doch, das ist das ja! Wie hat ein Arm dann und der andere Schwanz? Also zwei Arme nur mal die ganzen Waffen, das gilt als Schwanz hat der 2-1 nicht! Zwei Schwanz! Ja genau! Und erhofft, und erhofft, und erhofft, und erhofft! Jawohl, ein Trapper! Egal, wir haben noch Wieser-Floor und die Regeln... Also Frizzoros, das fährt schon alles! Stamm, fahr'n gut gemacht, komm zurück! Was kannst du auch weiterentwickeln? Jeden Trapper steht nur noch ein Kampfer! Die sind komischen da! Ich kann ja auch in die Weiterentwicklung da! Klapport, nein! Die Hornius! Ringsprall, die Höhe! Wieser-Floor! 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 Ein wilder Kampf entsteht! Äh... Schauflau oder... Blitzkanone! Nein! Blitzkanone! Wieser-Floor! Wieser-Floor! Ja, das ist älter Kerkel, die älter 5 Prozent der Träppen... Und wenn man da eine Attribse macht, dann wird es schon ausgewählt! Der andere ist aber nicht... Wieser-Floor! Ja. Wieser-Floor! Das war ein Das war nicht so außergewöhnlich, denn diese Leute machen sich in der Brust... ich muss aber schnell reingehen Abwurzungsabwur und irgendwie über den Auslösungsstuhl ich bin ich bin Kälte jetzt die Besuchsstelle der Anziehung so ist es sich jetzt noch nicht 6.6 wir haben jetzt wieder dabei haben wir bei zweiten Kampf schon ja also auch wir haben wir kann man glaube ich nicht meinst du nicht auch das pokémon nun ja super niedlich sind als Mauer und alle kann anziehen es ist jetzt ja auch du flohren auch bisher bin der Dufel anziehend haben wir nun mit Donnerpuffer als D.D. Donnerattacken Niemann mit ansorgen die auf die Bedürfnisse von den anderen also bei der doch noch viel von die Bissung damit doch schon was und von 2 anziehen kann was genau ich will ein paar haben noch schon wie reißig aber und zuerst noch schon er oder kiki ich habe noch so wie ein ja okay tun könnte es sowieso beschissen aber immer so ein ab ich schon da alle anderen draten die abdrucks ab ab ich glaube für die kürze ist noch zu machen was so ist und dann dort fahren da habe ich eins das der Wörter von einem weiblichen oder das war so noch dass sie an das ist nun das muss da muss ein Borgel das kann auch so gut das ist das ist okay es ist okay der Herausforderer die Anfragen der Arenaleiterin von Kassia City zu über! Die Akkannung ihrer Norden! So, wenn sie, äh, Kampf- und Kassel-Kommandet wird, nicht, dass er vielleicht auch mal so reinkommt. Ich fand... Du, 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 du! Ah, nein, du hast ja Eis-Sieb, stimmt! Ja, nicht, du! Deswegen Eis-Sieb, warum? Du bist dann gefährlich, wenn's denn eigentlich erstellt ist. Boah, schnabel! Kann's mal nicht werden. Boah, schnabel! Es kann aber, muss nicht! Du bist so auf, tot! Du bist so auf, tot! Du bist so auf, tot! Verdammt! Lavamus! Lavamus! Dies ist ein gnadenloser Kampf von Anfang an! Es ist von Anfang an! Es ist von Anfang an! Es ist von Anfang an! Gnadenlos! Wir haben erst gerade angefangen! Es ist von Anfang an! Was ist das lustig? Komm, wie er guckt, das meint er! Die Anzahl der verbleibenden Gruppen ist 2 zu 3! Er saufen, er saufen wir über das schicken Teil! Wann können wir hier schon im Psycho zacken? Hä? Kann man auch schon im Psycho zacken? Ja, aber du guckst nicht! Das war die Achille-Ferse! Ich hab' dich nicht haben! Was ist das lustig? Was ist das lustig? Was ist das lustig? Was ist das lustig? Nee, wenn ich noch mal Glück habe, hätte ich jetzt überlegt uns noch ein... Psycho zacken? Echt? Ich hab' mich noch mit duas und zwei, ich hab' mich noch geworfen lassen! Ich bin so gut wie tot! Ich hab' dich nicht mehr zu glücklich! Ich hab' mich noch neben's nicht mehr gemacht! Okay, wir haben Dote-Dole nu umgebracht! Nur wenn ich den... Nur wenn ich den Cuick ehrlich... Gubi guckt! Gubi guckt! Gubi guckt! Okay, das ist... Echt so lustig! Wieso... Er ist ein Laufenschirm! Schlau sie wurden ein Lashuki gestorben Lamses der Lamus in den Folgen waren damals er hat eine Augenbrauch nur die Anzahl der Verbreitung scheinbar Kursenlande in der Was haben wir noch? Domfong, ne? Ja. Kann ich endlich nochmal. Ach, noch mal ein Part, wo wir wieder besiegt werden vom Arseneleiter. Wieso müssen wir morgen weiter aufnehmen? Ach ja, stimmt, ja. Wir haben hier was anderes auch noch vor. Was können wir? Ich bin sehr glücklich. Ring frei, Domfong! Erleben wird aufwesend. Du, oder? Erleben wird aufwesend. Erleben wird aufwesend. Oder was, die, die das geht? Ich muss die, die das geht. Erleben wird aufwesend. Erleben wird aufwesend. Erleben wird aufwesend. Nein. Jetzt schreit der Kampf wirklich ab. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das ist doch noch schlimmer. Was? Er ist ein solches Schrecken. Was? Das hat nur wenig Schaden an der Reise. Nein, ist nicht. Nein, danach würde es jetzt schrecken. Was jetzt? Noch nicht mehr als die Hälfte. Genau. Ja, wir können, wenn es nicht so zurückstecken, können wir noch Chancen. Nein, nein, bitte, dann lass auf die Tafel. Es ist schon noch. Besser so. Ich glaube, sieh mehr. Sieh, ein Stahl. Also, mit dem mit dem... Der Schlagland-Konferenz. Der Schlagland-Konferenz. Nein, war wie, 2, 2, 2, 2, 2 abgezogen. Ich meine schon. Ja, auch noch. Ja, auch noch? N2, 3 hat abgezogen. Wir haben noch einen. Wir haben noch einen. Chance noch mit sehr viel Glück aber mit sehr viel Glück die Glückwunsch was wenn er die Glückwunsch an der Arschkarte wenn dort ein Ohr oder ein Kiegel, nein, äh, Pixi oder, ähm, Krüllefrau mit Eisig oder sowas Was kannst du? Ich weiß nicht, wie ihr es Jawohl, ein Flatter! Oh, es ist völkert! Muss ich unbedingt sein? Warte mal, vielleicht kommt ja irgendein Behinder... Da kommt ja ein Behindertes-Pokémon, bitte Ein Behindertes-Pokémon? Jeden Trenner steht Ruhe noch ein Kampf gegen den Aufmerksamkeit Ich hab's nicht? Ich hab's nicht! Ich hab's nicht! Aber das war nicht ganz schön Wenn der Schritt kommt, dann haben wir Chancen Nur zu 6% Jya! Ey, ey... Vorbei Wieso? Wieso? Das ist Klassik 19, oder? Nein, nein, nein interfering Oh, Mann! Okay, es ist vorbei Kürtel Leute Kürtel ich bin nicht mehr denn sie sollen sie gestoppt worden aber die Fresse anmahnt er hat mir gedacht dass er in den Städten Stimmts was man sind die Staaten wir sind sie nicht Vielen Dank! Vielen Dank!